Da ist die Leute schon noch da oder? Da ist was schon mal da? Was ist denn da? SONNA! 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 Der hat sich da hinten, so geht mir sie nicht rein, so ist er nicht so gut, so geht es sich um den Aufholz. Ich darf einfach noch in unserem Englisch lernen. Ich auch, ja. Ich bin ganz verhaltbar, wenn es jemanden hat, der ungefähr wie die Bündel... Ja, wenns war auch so gekommen. Probe! Eine Probeverständigung wäre vielleicht würdig, aber der Krampf sieht ja total aus. Das ist der Krampf. Vielleicht wissen wir's, die euch verstanden haben, was wir da angeblich gesagt haben, oder? Also das war schon... Das war schon.